ok let's go or die kommt bitte oh mein gott digger oh mein gott bitte 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 es ist so profi aber kommt bitte muss mich jetzt irgendwie bemühen irgendwas zu reißen kommt bitte aber die konstellation ist er so hat irgendwelche spam old oder so wie das ganze die lutzig und ja keine ahnung ich glaube das wird nichts das ist ja das ist ja dieses andere lächerliche so weg mit dir du sohn mädchen wenn jetzt die runde abgebrochen wird die gegner haben denn die sie gut dass ich gut dass ich das nicht habe weil das wäre sonst jetzt richtig lächerlich gewesen also eventuell gute chancen außer die drei leute sind zu wild unterwegs und gewinnt trotzdem kommt bitte weg mit dir egal sind leute benennen sich nur als smiley die ganze also wirklich oder um die old let's go egal wirklich vor dem kurzen moment einfach folge fokus dicker ich musste so flüchten irgendwie versuchen den irgendwie abzufangen oder so ja genau so das ganze vorgestellt ja sieht das aus hier kommt versucht doch irgendwas um zu färben diese konstellation an an waffen oder so auf meiner seite ist nicht wirklich gut oh komm bitte 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 komm 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 ja das sieht sehr gut aus aber glaube ich komm ja es sind so nur es war nur fünf prozent unterschied aber endlich die dance moves die sind anders nach monaten ein hunderter kampf nach monaten und den habe ich gewonnen ja let's go digger let's go alle gebummst let's go du hast einmal 100 kampf gewonnen glückwunsch als kleines dankeschön darfst du auf einem der split fest schreien ins plätze will mit feiern am split fest wahlstand kannst du ich ihn auf und mach unbedingt ein paar selfies aber wo ich mein hunderter kampf gewonnen habe oder so beim bei dem beim süß sauer schafs plätze fest oder so da wurde mit der sich angezeigt ja ja moin let's go rein da hier nee warte mal ich bin noch bei bei den koppel ist also müsste ich aber da zurück warte mal ich will das trotzdem hier sehen let's go ja man hunderter kampf erst mal erst mal das screenshot let's go die garte mit high tops ich würde meinen wenn wenn der dc über den gegnern nicht nicht werden soll dann etwas safe verkackt glaube ich wenn die konzentration an waffen oder so zum einfärben naja nicht so spektakulär aber okay oh geil man oh geil 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 let's go let's go warte mal so wie kann man wie kann man das ganze hier machen wie kann man das ganze hier machen oder so wie wie ist das muss ich einfach hier einfach hier hin oder was oder wie mache ich das ab auf den schreien gehen ja Ahja geile Jewel amann das das dass hippie 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 Ja, Mann. Oh, cool. Warte mal, ich muss hier den hier machen. So, dann passt das alles. Ja, ja, perfekt. Können wir noch irgendwas anderes machen. Splatfest-Titel aus und einblenden. Aber dass das nur in Splatfest geht und nicht noch beim Incubulus Reskin. Irgendwie noch ein kleines bisschen schade, aber ich will nicht meckern, ey. Ich will nicht meckern. Ja, Mann. Oh, ja. Ja, geil. Let's go, Alter. Oha, oha, oha. Wie viele Posten gibt's? Drei. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, warte mal. So. Ja, Mann. Let's go. Okay. Jetzt bin ich erst mal zu... Ja, passt. Passt, wunderschön. Ich bin zufrieden. Let's go. Wildflex des Todes. Schade, dass es dafür kein Abzeit gibt. Das wäre irgendwie ganz cool oder so. Aber, naja, egal. Passt schon. Nach Monaten endlich mal ein Hunderter Kampf. Let's go. Dafür sind es halt die Festivalmuscheln weg. Aber egal, passt. Ich bin zufrieden. Let's go. Cool. Ab und zu kann aber das Game auch Spaß machen. Aber, naja. Geil. Geil. ENDT 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 Untertitelung des ZDF, 2020